Sie sieht alles ganz locker und gelassen. Trotz kürzlicher Trennung von ihrem Freund Emra ist Schauspielerin Felicitas Woll sehr optimistisch und positiv gestimmt. Auf dem 44. Deutschen Filmball verrät uns die 37-Jährige im Exklusiv-Interview mit Bunte.de, ob Tochter Taisha Valentina in der Zukunft noch Chancen auf ein Geschwisterchen hat. Also ich meine, sag niemals nie. Im Moment ist es jetzt noch kein Thema oder ist es kein Thema. Ich fühle mich in mir gerade wohl. Ich habe meine Kraft irgendwie. Mein Körper ist toll, sodass ich mich wohlfühle. Das ist schon eine Überlegung. Also das muss man sich schon gut überlegen, ob man das macht oder nicht. Und im Moment, wie gesagt, ist es noch kein Thema. Aber ich bin da ganz offen. Wenn es passiert, passiert es. Wir finden Felicitas Optimismus toll und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Klar ist zumindest, dass sie nach ihrer Trennung nun erst einmal Freiraum und Zeit für sich braucht. Wir drücken Lolle die Daumen und finden mit ihrem Auftritt beim Filmball hat sie schon jede Menge Stärke und Optimismus bewiesen.